Wir machen so einen Workshop, so wie wir den Verein eigentlich geben, für diese zwei Herren und für die Damen, weil ein paar Leute von uns sind nächstes Mal nicht da. Jetzt sind die beiden die verantwortlichen dafür. Dass die Herren Funk und Balkenhorst nicht um 12 Uhr hier sind, ist doch klar. Was hast du so bis jetzt gelernt, Thomas? Am besten die Kabellänge. Das Gefühl, die haben unsere Sachen alle nicht richtig eingesteckt. Ich habe keine Maus, keine Zastatur. So kann ich nicht arbeiten. Wenn wir heute gewinnen, dann ist das eines der größten Wunder in Volleyball-History. Wenn das Spiel überhaupt zu Ende geht, dann ist es das schon. Von sechs Leuten haben wir vier mit schwerwiegenden Verletzungen im Feld. Alter. Wieso der vier? Bist du auch? Du? Ich bin wieder fit. Ja, du bist fit. Es gibt gleich einen Scheiß-Ragen-Klamm, Alter. Dieser Einhändige von letzter Woche, der hätte es doch einfach so blocken können, weil der Schlag war 6. Ich habe den halt wirklich an oberen. Ja, ja, hier hast du den gekriegt. Ich habe den an oberen. Ich bin jetzt seit neuestem ein bisschen leer. So ein Bullshit, Alter. Allein, wenn ich das schon sehe, wenn du hier anfängst und dann so machst, anstatt einfach nur diesen zu machen. Bam, bam. Ich kann nicht aus dem Stand springen. Du kannst doch das machen. Der Typ hat nur was knapp über die Netzwerke geschlagen. Ich kann nicht aus dem Stand springen. Das ist doch schlecht. Aber ich bin echt wirklich zu weit weg vom Netz. Ich muss näher dran gehen. Wir sind wieder ready für heute. Auf geht's, ey! Auf geht's, ey! Komm! Ja! Easy Snack, mach! Easy Snack! Das ist sehr gut! Das ist sehr gut! Stark! Ja! Ja! Man, so ein Scheiß, Alter! Aus! Schön unkontrolliert ins Aus! So kennen wir ihn. Hat sich nichts verändert, Jasper? Hilfe! Hilfe! Der Pierre! Darauf später im Wodka, Alter! Wodka macht auch ein paar Tellersehne zusammen. Ja, ja. Hey, gut gespielt! Du musst mitkommen! Du musst mitkommen! Mach die Meter! Ja, ja, ja. Bist du nicht hinten? Bist du nicht hinten? Nö, wir laufen vor zwei. Haben wir gedreht? Ah! Wir laufen vor drei. Schicker! Es ist geil, wie sie immer so anzeigt. Libero kann rein. Ja, haben wir nicht, Alter! Ach so, was가락! Oh, Mann! Ah, Mann! Oh, Mann! Oh Mann, meine Fresse! Dumme Scheiße, jetzt treffe ich den Ball nicht. Aus, aus. Vor mir, vor mir. Nex, nex, nex. You score! Zweite Marshall, dass das passiert. Der scheißt sich so ein vor mir, Alter, das ist krank, ey. Nein! Nex, nex, nex! Ja! Ja! Nein, nein. Ist doch egal. Ich. Ja! Nein, nein! Ich. Noch mal ab! Oh, das war echt cool, was ich gemacht habe. Einfach Manuel Neuer, ey. Mann, das ist leicht, Alter! So eine easy defense, ey. Ich will von es. Ich habe wirklich ein Aggressionsproblem, merke ich, ey. Das sind die wenigen Kalorien, Chat, ich kann nichts dafür. Ich bin eine Diva. Der ist auf! Tusch! Tusch! Hey! Hey, Tusch! Hallo! Bruder, er hält sich doch auf! Das war der heftigste Tusch aller Zeiten, bitte! Wow! Kann man den denn nicht sehen? Dankeschön. Ohne Scheiß, asozial vom Ref. Eigentlich asozial vom Ref, dieses Nachfragen und dann hoffen, dass er ehrlich ist. Spät bis gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ihr seid so lucky, Schweine, Alter. Ihr seid so lucky, Mann. Warum? Du hast einen Mittelblocker neben dir. Verpiss dich Richtung 1, obwohl der Dia außen da steht. Steht zentral und geh. Das wäre nur Deiner gewesen. Mal aus. Ja, ja. Das Glück ist mit den dummen Kumpern, ey. Mal aus. Bye, have a great day! Wichtig, Stima! Fuuuut! Rechte guter Transfer. Schön auf Instagram eingeschoppt. Ich habe gleich einen scheiß Rad. Warte, ihr habt ihn! Wir müssen jetzt, ich muss auch durch, ich habe einen leichten Badenkrapp. Oh, er ist vor mir dran! Er ist vor mir dran! Ich kann nichts dafür, dass ich da rankomme, er ist doch vor mir dran! Wichtig, wichtig! Gut, dass du skinny bist, Alter! Achtung, verletztes Gefahr, verletztes Gefahr und Eintracht! Geil, dass die Sonntagsgespiele erst mal drauf ist! Eintrachtspunkt in Halle! Halle! Du musst jetzt deinen Blog abmoderieren. Ich? Ja. Ich schicke gerade ganz viele Reactions bei mir auf Instagram, weil wir gewonnen haben. Sehr gut! Hast du wieder bessere Laune? Ich verstehe, dass du das als Neuner nicht verstehst, aber die Mannschaft kann nicht höher als 3-0 gewinnen! Das war gut! Das habe ich da vor allem mal gefragt! Unter schwierigen Voraussetzungen haben wir 3-0 gewonnen! Das war sehr gut! Das war wichtig und auch richtig! Jona hat noch Musik aufgelegt! Das war gut! Man merkt, dass es ja viel im Bootshaus rumhängt! Ich habe jetzt 6-7 Dinger drin, auf dem Nüchternen! Das ist auch gut! Das einzige, was wir abschaffen sollten, ist, dass wir nach 3 Sätzen Wadenkrämpfe haben! Bruder, das ist es nicht! Dass es im ersten Satz vor allem losgeht! Das wäre am nächsten Wurte! Ja! Eintracht auf die Eins! Sind wir Tabellenführer eigentlich? Nein, ich glaube nicht! Die anderen haben... Sind wir oder nicht? Wir haben sechs Punkte und die anderen, die Sätze haben... Ja! Ich sage es euch! Übersatzverhältnis! Übersatzverhältnis wird man am Ende einen Spieltag früher Meister! Dienstag ist Training! Was machen wir? Muss ja mal gucken, wer da ist! Es gibt glaube ich schon jetzt schon sehr viele Absagen! Wir bereiten die Zweite auf den nächsten Sieg vor! Das ist im Fokus! Sehr gut! Wann spielt die Zweite wieder? Auch erst in drei Wochen? Nächste Woche! Die spielen nächste Woche! Fokus auf 2. Herren, Alter! Na gut! Wir gehen jetzt in eine Eistonne mit der ersten! Wir sind schadlos über die schwierigste Phase der Saison gekommen, Alter! Das war wichtig! Gucken, ob ich schadlos in den Montag komme! Verpiss dich! Das geht raus an Nico! 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 Vielen Dank.